Jetzt nehmen wir doch wieder den Audi, der Ford ist ja doch gerade ein bisschen lahm. Ja, also ein weiteres Mal muss ich sagen, sind die Verfolgungsjagten mit der Polizei obermühsam. Zentrale Verstärkung soll sich vorsichtig nehmen. Verdächtiger ist in der Luft. Zentrale Verfolgung. Verdächtiger ist durch die Straßensperre. Weiter flüchtig. Verstärkung ist durch die Straßensperre. Zentrale Verfolgung. Verdächtiger bestätigt öffentliches Eigentum. Over. Verstärkung ist unterwege, schließen sich euch in Kürze. Verstanden, alle Einheiten MG7 für abdecken. Zentrale aber verfolgtes Fahrzeug aus den Augen verloren. Alle Verfolgereinheiten Sektorsuche einleiten. Erbitte Fortschrittsmeldung. Over. Alle Verfolgereinheiten kehren zwecks Koordination zur letzten Position zurück. Finden wir den Kerl. Achtung, keine passenden Fahrzeuge beim Palastus Perimeter gesichtet. Weitersuchen. Over. Ja, und jetzt kommt er schon wieder da auf uns zu und hält uns schon wieder. Ich lasse mich jetzt verhaften, weil ich habe die Schnauze voll von diesen Verfolgungsjagten. Da gehen wir zwar viele Punkte durch die Lappen hier, aber es bringt es einfach nicht. EA, das ist schlecht gemacht. Das ist wirklich ganz schlecht umgesetzt. Das Game an und für sich super, aber die Verfolgungsjagten, die nerven wirklich brutal. Ich habe auch gar nichts an dem Spiel ausgesetzt. Absolut nicht. Das ging eigentlich so super gemacht. Aber die Verfolgungsjagten... Aber die Verfolgungsjagten... Die müssen wirklich ein wenig fairer gemacht sein. Ich gehe weiter in die Tafel und dann habe ich auch noch einen Radar vorbei. Und jetzt auch noch eine Rampen. Ja, ich glaube wir starten jetzt wieder mal das Rennen. Rennen... So, dann haben wir noch gleich eins, das wir schon gemacht haben. Crush Hour... 208 wird die Spitze für Speedwall. Meine Zeit ist 2,22,28. Probieren wir noch die jetzt zu verbessern. Ich glaube mit dem Wagen... ...haben wir Chancen dazu. Das heisst, jetzt gehen wir... Ah, das ist das Rennen, das wir mit einem kleinen Racer gemacht haben. Jetzt kommen wir dann gleich auf das Racer wirklich so schnell. Also wirklich so gut gewesen ist, wenn ich es vorher... ...gut geredet habe. Dann... ...druckt man das da mit dem Audi wirklich schneller... ...zu Bewerkstellungen kommen oder eins. Ah, das ist das mit den Kurven da. Die zwei Kurven, wo ich so gut kann. Verstanden... ...eine werden Rekord 3 genehmigt. Ja, aber ich glaube mit dem Audi sind wir schon wesentlich schneller. Ich bin zwar da bei der Radar-Cache nicht unbedingt schnell unterwegs... ...aber es war eigentlich vom Rennen her gesehen. ...das sind wir glaube ich schon schneller unterwegs. Jetzt sind wir noch abgeschossen worden von der Polizei. Das ist einfach nicht so erfreulich. Das ist einfach nicht so erfreulich. Ja, wir sind tatsächlich schneller als mit dem... ...Ariel, Ariel... ...so irgendwie hat der geheissen. ...und wir haben das nächstes Most Wanted Rennen verfügbar. Ah, jetzt aber gleich am 10 ist noch. Er ist da drin. Also wenn wir da halt flüchten... ...und wir haben die Sektorsuche einleiten, er bitte Fortschrittsmeldung over. Es gibt ja noch über den Hafen, dass wir welche hier zur Verfügung stehen. Und wir haben hier eine Stadt, mit der Flüchtlinge ... Ja, hab ich. Alle Verfolgereien für Fortschrittsmeldung einleiten, er bitte Fortschrittsmeldung over. Zum Schluss ist das mit dem Flugzeug, der Flüchtlinge war aufgefährt. Alle Verfolgereien, wir gehen da. Ja, ich glaube, ich lasse mich wieder verhaften, weil ich habe effektiv keine Bock. Ja, verheften mich, verheften mich. Ich habe keine Bock auf die Verfolgung gesagt, tut mir leid. Ja, komm, ich lasse mich einfach verheften. Nein, nicht rammer, einfach nur verheften. Komm, machen. Gut. Das weg ist auch wieder vorbei. Wenn wir davon wieder Ruhe. Ich weiss nicht, wie ihr das seht mit den Verfolgungsjagten, mir nerven es einfach nur noch. Crashdown, starten wir doch auch gerade wieder das nächste Event. 100.000 bis zum nächsten auf der Liste. Ich weiss nicht, wie viel es braucht für den obersten, weil da halt die Liste ziemlich gefüllt ist von Leuten aus meiner Friendlist, aber noch einige das Game haben. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht, weil wir sagen, über Alorgen eigentlich. Sockele ich da durch den Elcht. Jetzt kann ich mit welchem Wagen in das Rähne voll gemacht, ist das also das kleine Speed-Kernerli? Ja. Ich denke, dass irgendeinen Gag oder anderen aufholen ist, das Auto, der normal fährt auf die Strasse. Wir haben jetzt noch ein paar Kilometer Zeit, um es wieder aufzuholen. Jetzt sind wir schon dritt. Aber die fordern, die sind recht zügig unterwegs, und das war nichts. Die Kurve habe ich nicht spät gesehen, und schon sind wir wieder sechst. Aber jetzt sind wir wieder dritt und haben Zugfühle zu den vorderen beiden. Einen haben wir sogar schon geholt. Ah, das ist die Strecke, die wir letztesmal da haben cool abkürzt und jetzt in gescheitert sind. Da sind wir aussen rum und es hat geklappt. Wir müssen nur noch einen Kilometer an der Spitze halten. Ausprung ist relativ gross schon. Hier nochmal ein wenig aufs Nitro drücken, um hier ein wenig zu pushen. Und wir wären im Ziel 2, 37, 60. Also wir sind gleich schnell gefahren wie mit dem anderen Fahrzeug, wo wir eine Strecke gemacht haben. Und der Wagen weiter aufzuholen. Die Tafel habe ich jetzt aber glaube ich schon. Oh, ich kann ja immer wieder mal durchfahren. Zu dem Event müssen wir fahren, das haben wir noch nie gemacht demnach. Oh, da steht ein Alpha. Nehmen wir doch mal den Alpha. So, wir müssen hier halt wieder neue Wände aus. Da ist das da vorne gerade ein Event, wo wir mit dem Alpha fahren können. Das hier. Tatsächlich. Continental Drift. Schwer. Oh. 2,997. Spitze für Speedwall E2,42. Das heisst, dass wir den Event haben wir schon gemacht. Das heisst, wir können jetzt auch wieder Zeit sparen. Das heisst, wir können jetzt auch wieder weiter. Das heisst, das ist das allererste Event, das wir gefahren sind. Oder eines unserer ersten Events. Ja genau. Und jetzt werde ich da abgeschossen und abgedrängt. Ja, ich glaube so ohne Modifikation geht das Rennen noch schwer starten. Das ist keine gute Idee. Ja und vor allem, also auf schwer fällt mir einfach vor allem auf, die Gegner haben gar nicht die Absicht als erstes ins Ziel zu kommen. Ich habe jetzt auch hier deutlich gemerkt, dass der andere gar nicht vorzumal ich auf das Ideal rein bleibe. Das ist dann einfach zack, wir rammen. Ja, das bin ich selber die Schuld. Aber der andere auch wieder da, wie wir es sehen. Er rast einfach hinten in mich rein. Nicht an mir vorbei. Nein, er rast hinten in mich rein. Ja und ich glaube in diesem Rennen. Ich breche das Rennen gleich ab, das hätte keinen Wert so zu fahren. Event verlassen. Das bringt es nicht. Dann fahre ich lieber. Ein Rennen, das machbar ist mit dem Fahrzeug. Leicht eingestuft wird. Bevor ich mich dann an die schweren Rann wäge. Wenn wir aber. Wägen zuerst mal ein bisschen modifizieren können. Verfolge hier ein Fahrzeug mit hohem Tempo. Benötige Verstehung. Ja und jetzt schon sind wieder zwei Polizei-Autos zur Stelle. Also der Wagen ebbt auch gar nichts aus. Manchmal ist der Mercedes vor viel lieber. Wenn wir jetzt in der Fluchtphase sind. Ja. Alle Einheiten. Krotereinsuche ist unterbrochen. Verdächtiger ist entkommen. Der Windبي ist in Butiles. Deswegen ist derallye unglaublich mit Alice Pe ignorant. Aber